Der erste Titel der Saison ist vergeben. Der Supercup 2021 geht an den FC Bayern München. Die Bayern gewinnen 1 zu 3 gegen Dortmund und zeigen den Lokalrivalen, dass mit ihnen wieder diese Saison zu rechnen ist. Und dass es nicht einfach wird, sie zu schlagen. Und so, willkommen zum Talk Borussia Dortmund gegen Bayern München. Ja, die Bayern heute zu Gast in Dortmund beim Supercup 2021. Ja, was kann man sagen? Beide Mannschaften wollten diesen Titel unbedingt. Es war wieder das große Duell Haaland gegen Lewandowski oder Lewandowski gegen Haaland, je nachdem wie ihr es haben wollt. Und ich würde sagen, es war auch gar nicht so einfach für die Bayern, denn gerade am Anfang hat Borussia Dortmund sehr, sehr stark mitgespielt und hatte auch sehr gute Chancen, die Manuel Neuer gegen Marco Reus beispielsweise vernichten konnte. Und man hat schon gemerkt, dass Dortmund den Titel sehr will. Und ich würde auch sagen, dass Dortmund am Anfang stärker war als Bayern und dass sie auch besser mitgespielt haben. Was mich persönlich auch in der ersten Halbzeit ein bisschen aufgeregt hat, bei jedem Foul, was Dortmund begangen hat und zum Teil zurecht Geld bekommen hat, wurden die Bayern ausgepfiffen. Egal, wenn die Bayern das Foul machen, ist es so schlimm. Und wenn die Dortmunder foulen, ist es noch schlimmer. Also halt, dass die Bayern nur ausgefiffen werden, das hat mich halt so aufgeregt. Auch, dass diese Keilereien, sicherlich ist es ein Titel, aber es ist jetzt nicht der Titel, um den alle kämpfen in der Saison. Und dass dann auch Spieler wie Marco Reus dann dauernd mit anderen Gegenspielern ins Gehege kommen müssen, das ist echt unnötig und sowas gehört sich auch nicht. Und die Bayern haben es halt eiskalt genutzt und zwar Lewandowski kurz vor der Pause. Das 0 zu 1 geschossen, ja super rausgespielt, was soll man sagen, super Flanke, super Kopfball, kann der Torwart von Dortmund nichts machen. Und so ging es mit dem 0 zu 1 in die Pause. Und die Bayern haben gleich direkt weitergemacht und haben nachgelegt. Wieder eine super Kombination. Levy vor dem Tor mit der Hacke legt er noch rüber auf Thomas Müller, der steht frei vom Tor, muss eigentlich nur noch einschieben. Und das ist dann das 0 zu 2, eine meisterhafte Vorlage, die Lewandowski da geliefert hat. Allerdings hat Dortmund sich nicht geschlagen gegeben und warum sollten sie auch? Sie haben auch nichts mehr zu verlieren gehabt. Und Bellingham, der die super Vorlage für Marco Reus gibt und der dann mit einem Traumtor. Und es war ja noch knapp eine halbe Stunde zu spielen, also es ist noch einiges drin gewesen. Und Haaland und Co. haben auch das Publikum so ein bisschen angeheizt, dass ein bisschen mehr Stimmung reinkommt. Aber die Stimmung für Dortmund hat sich nur leider ganz kurz gekommen, denn Akanji hat einen katastrophalen Fieldpass gespielt, den ein Lewandowski zu nutzen weiß, frei vom Torwart, 1 zu 3. Solche Fehler dürfen nicht passieren und ich glaube am Ende kann man sagen, dass Bayern gewonnen hat, weil sie am Ende vielleicht etwas mehr Glück hatten, vielleicht aber auch konzentrierter und effektiver waren als Borussia Dortmund. Die Bayern gewinnen den Supercup zum 9. Mal. Ich würde sagen, hinten raus verdient. Und ja, wie fandet ihr das Ganze, findet ihr, die Bayern haben zurecht gewonnen? Schreibt es mir in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und ciao. Und jetzt geht's mal. Und jetzt geht's mal. Und jetzt geht's mal.